Hola Leute, heute habe ich euch mal gezeigt, was ich alles so für Skincare-Produkte am Abend benutze. Ja, ich habe übrigens vergessen, das Mizellenwasser zu zeigen, das zeige ich dann nochmal ganz am Ende. Ja, egal. Ich wollte euch nämlich noch eine Sache sagen und zwar habe ich ja schon mal darauf angedeutet, auf dem Video, was ich leider löschen musste, weil ich da gegen irgendwas verstoßen habe, ist auch egal, habe ich ja schon mal darauf angedeutet, dass ich vielleicht ein kleines Kanal-Update machen möchte und ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht und ich möchte vielleicht anfangen mit so Vlogs, also das ist so Daily Vlogs und so, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Genau, ciao!